Ja, wir reden über Inverted Classroom und Flipped Classroom. Die beiden Begriffe sind Synonyme. Einige sagen, Flipped Classroom ist eher im schulischen Bereich zu finden. Inverted Classroom bezieht sich eher auf die Hochschule. Aber man findet mittlerweile in der Literatur beides in beiden Situationen. Also es ist eigentlich egal, ob man über Inverted Classroom oder Flipped Classroom spricht.